Sie sind mit Abstand die verrücktesten Typen, die die Welt je gesehen hat. Jahrelang haben sie geduldig gewartet. Und gewartet. Und gehofft, dass ihr Herrchen nach Hause kommt. Ihr seid nur schrattet. Ausraschiert. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Doch die Warterei hat ein Ende. Los jetzt, wir gehen los und suchen Robert. Was? Also los Jungs, keine Müdigkeit vorschätzen. Der tapfere kleine Toaster und seine mutigen Freunde nehmen sie mit auf eine märchenhafte Reise. Eine Reise ins Ungewissheit. Abenteuerlich. Komisch. Und voller Gefahr. Eine aufregende, unheimliche und fantastische Reise. Der Spitz der Landschaft. Putzige kleine Waldbewohner. Was war denn das? Abscheuliche Monster. Die Abenteuer unserer Freunde sind schlicht... Bemerkenswert. Fünf mutige kleine Haushaltsgeräte wollen ihr Herrchen finden. Koste es, was es wolle. Ja, warum denn nicht? Ein altes vorlautes Kofferradio. Wie darf ich das verstehen? Eine clevere Schreibtischlampe. Das passiert. Eine kuschelige Schmusedecke. Äh. Ein brummiger alter Staubsauger. Was du nicht? Und ein tapferer Toaster. Alles klar. Erleben ebenso aufregende wie komische Abenteuer. Eine Welt fast wie im Märchen. Der tapfere kleine Toaster. Demnächst hier im Kino. Der tapfere kleine Toaster.